So, diese Woche nur ein Item. Wieder drin. Ich habe letzte Woche leider nichts gemacht. Schande über mich. Aber dazu erzähle ich später mehr. Gucken wir jetzt mal rein. Wie gesagt, wir brauchen nach wie vor die Taille. Und das war's, glaube ich. Ansonsten haben wir die letzten Wochen alles gut ausgetauscht bekommen. Aber die 200er Items müssen langsam mal verschwinden. Ja, es ist eigentlich nur noch die Taille. Dann hoffen wir mal auch, dass auch eine Taille drin ist. Natürlich nicht. Perfekt. Ich bin ein bisschen groß, glaube ich. Ja, aber mit Crit und Tempo. Das gefällt mir schon wieder sehr, sehr gut. Die nehmen wir auch. Das ist zumindest für mich eine Aufwertung. Wenn ich meinen Add-On nachfrage, wie das Heiler-mäßig eine Aufwertung ist, sondern wohl nicht. Ich bin seit halb sieben wach. Arbeiten. Achso, Impfzentrum. Ähm, Testzentrum. Ja, und? Viel los? Bei uns ist gar nichts mehr los. Bei uns ist gar nichts mehr los. Seitdem die kostenlos sind halt, ne? Vorher wurden die Leute immer noch vom Gesundheitsamt geschickt. Jetzt kommt irgendwie gar keiner mehr. So, was haben wir denn noch nie bekommen? Ein der Sühne, elf. �sie, elf. Untertitelung. Untertitelung. Untertitelung.